So, hallo Leute, in meinem heutigen Video geht es darum, dass ich euch ein Angebot machen möchte, nämlich, ich werde immer jeden Tag von etlichen Leuten geflamed, dass sie grundlos auf Kotenzentrale gebannt wurden und dass sie entbannen sollen und bla, und deshalb verkaufe ich ab jetzt Bunnymoon für 10 PSC Lifetime auf Kotenzentrale. Das heißt, wenn ihr interessiert seid, schreibt mir in die PM, ich add euch ins Team, dann gebt ihr mir die 10 PSC, ich checke die, dann joint ihr auf Koten mit mir zusammen, ich gebe euch Bunnymoon und dann seid ihr immun gegen Wurtbunnen, das heißt, niemand kann euch mehr Wurtbunnen, dann kommt da ein Error und kein Admin kann euch bannen über ManyAdmin. Der einzige Weg, wie man euch noch bannen könnte, wäre per Aircon, das Aircon haben aber nur ich und Slayer. Und ja, wenn jemand cheatet mit seinem Bunnymoon und ich bekomme eine Demo, also ich muss dann schon eine Demo bekommen von jemandem und wenn ich dann auf der Demo sehe, dass er wirklich anhat, dreist, so 4-5 auffällige Stellen findet, dann nehme ich ihn als Bunnymoon wieder weg und, ja, sein Geld kriegt er dann auch nicht wieder. Und, ja, ihr müsst jetzt auch nicht flamen, ja, guck mal, der verkauft Bunnymoon auf seinem scheiß Kack-Server, cheaterzentrale Hurensohn, ist mir eher Les Wayne. Ich brauche keine Haters und keine Fans, die drüber aufzocken, der Server ist sowieso immer gut gefüllt. Und, ja, ich zwinge euch auch nicht, das zu kaufen, ich zwinge euch nicht auf Coinzentrale zu zocken, ich würde es euch einfach nur anbieten, weil ich genervt bin, alle Leute immer zu entbannen und das immer meinen, alle, sie würden gründlos gebannt und bla. Jo, 10 PSC, Bunnymoon, HF, GG.